Red, er schieß ihn! Albtraum, hm? Immer wieder... ...wär die nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zuhause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich versteh das. Glaub mir. Ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens... passt der heilige Michael auf uns auf. Also... gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, erschieß ihn! Ich versuch's! Ich versuch's! Schneller! Alles ok? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. In Deckung! Na los! Turner wird den Manövertrip auf den Platz führen. Unser Job? Unterstützungsfeuer von der Kirche aus. Noch Fragen? Gut. Ich hab ne Frage. Jetzt nichts, Stiles. Es schwingt ein goldener Stern. Los jetzt! Ich glaube, er mag mich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty World War II hier auf meinem Channel. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, Pearson nach wie vor einer, der ziemlich drauf besessen ist, hier vorzurücken. Aber richtig besessen. So. Wir holen uns jetzt erstmal hier. Ach. Falsche Taste gedrückt. So. Weiter geht's. Sassmann. Ah. Also ich weiß mittlerweile, woher die Ruckler kommen. Das ist von diesen äh, gescripteten Sequenzen kommt das. Da, ähm, ja. Ich glaub, gib mir mal die mal her. So. Was ich auf der einen Seite mal schade finde, ist, warum kann man nicht mal ein Call of Duty machen oder eine Mission, wo man die Deutschen spielt, wie es früher war. Versteht ihr? Ja. Du bist dort. Ähm, das würde mich auch mal interessieren. Komplette Kampagne von den Deutschen her. Der ist weg. Der ist auch weg. Der ist angehittet. Und jetzt tot. Komm schon. Nee, noch werfe ich die nicht. Der war mal. Der war auch mal. Der. Kartoffelstampfer, okay. Fuh. Du musst du das? Halt, wenn du das vorhin. In Deckung. Auf und raus. In Deckung. Da, na. Da draußen sind Verletzte. Ziehen Sie sie in Deckung. Daniels, zieh Sie da raus. Ich gehe in Deckung. Nur hilf mir da. Ernst. Du kannst den Förder anfordern. Komm schon. Wir decken die ganze Straße. Wir brauchen Rauch da draußen. Der Rauch ist draußen. Dann. 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 Korrekt. Wow. Okay, da bin ich ein bisschen weggesnackt worden. Oh. Daniels, 1. Mg des Halbkett-Fahrzeugs. Und Ratter-Arte. 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 Ey. Das Kript-Sequenz überschritten. Geschittete wie den Finner. Komm schon. So. Da unten steht noch einer. Da steht noch einer. Von wo denn jetzt, Mann? Jo. Machen wir. Ja. Von wo? Von wo kommt die Scheiße? Alter, der kriegt doch voll die Salve ab. Ja. Sie kommen in unsere Richtung. Volkert. Sie kommen aus dem Westen. Werfe an die Granate. Der wäre bereit, Mann. Komm. Hab ihn. Scheißkraut, ey. Yeah. Verstanden. Hey. Hier drüben. Bitte sehr. Dankeschön. Mal kurz heilen. Ja. Wo sind sie hin? Sie müssen geflogen sein, als Sie uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorrede zurück. Scheiße. Was denn? Oh. Oh, 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 oh. Runter. Runter. Gerade. Wir sind nach vorne. Rauschen von hinten. Okay. Okay. Junge, 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 junge. Also manche blockieren ja auch arg den Weg, würde ich sagen. Ach, da kommen noch mehr. Was? Oh, wie viel hält der aus? Ja, wow. Hammer. 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 Okay, da war einmal. Jo, einmal. Zweimal. Dreimal. Okay, das bringt nichts. Alles klar. Gar nichts hier, ey. Okay, hinter der Tür stehen auf jeden Fall welche. Guck mal, ihr habt's gesehen, ich ziele drauf. Wir müssen diese Kanonen sehen. Geben wir Deckung oder geben wir keine Deckung? Wir geben die Deckung. Wir geben die Deckung. Geht darauf. Ihr habt hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein. Na los, auf da. Auf Sassmin achten! Bereithalten! Okay, es geht los! Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit wir diese Flags austalten können! Nr. 1! Nr. 2! Nr. 3! Also Nachladegeschwindigkeiten könnten hier etwas schneller sein. Wir haben noch Feinde neben dem brennenden Auto! So geht's her! Korrekt! Nr. 3! 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 Nr. 4! Nr. 4! Nr. 4! Nr. 4! Nr. 4! Nr. 4! Nr. 3! Nr. 5! Nr. 5! Nr. 5! Nr. 25! Nr. 5! Nr. 9! Korrekt! So muss das laufen. Ja, chill mal, ich muss nachladen. Yo, ja, 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 ja. Machen wir alles. Schimmer, Piersen, ja? Nur noch eine Flache übrig. Wow, wir werden angegriffen. Wow. Ich hab dich! Ich rufe ab! Nein! Achtung! Aus dem Täter! Uuuuh! Schneller! Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Das ist scheiße. Ich hier gerade. Komm schon. Ach du scheiße, die Glocke! Bewegung! Ach man! Warum lasst du mir dann nicht die Chance, das noch abzubauen? Was ist das denn für ein Müll, ey? Okay. Ja, okay. Ruckel, ruckel, ruckel. Das ist von den Filmsequenzen. Keine Ahnung, woran es liegt, dieses Geruckel. Habe ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht ihr verdammter Schutzengel! Ach, Scheiße! Ich hab da drin zwei Männer verloren! Wir müssen uns jetzt zusammenreißen! Und diese Kanonen zerstören! Na los! Jo! Ich kann's erst mal nicht sehen! Verdammt! Vor dem Einsturz waren sie noch zusammen! Das Beste, was wir sehen, ist, diese Position zu halten! Leute! Ich hab noch mehr Granaten-Fall für mich! Boah, ich liebe die MP40, ne? Nur einfach! Die Position halten! Alter, die Bede! Na los! Wir brauchen noch eine Granaten-Fall! So, jetzt gibt's erstmal einen schönen Granaten-Hagel. Ja, Mann! Die Granate! Kommt in die äußeren Richtungen! Nein, das Feuer! Die Kanone ist doch intackt! Bewegung vor! Verstand! Ich sehe! Wow, lass dich mal in mir durch, bitte. So, jetzt kommt er nicht mehr raus. Oh, sorry, Piersen, dich hab ich nicht gesehen. Boah, die KI ist ja auch wieder bescheuert, ey. Gut gemacht. Darum müssen sie mich nicht zweimal sind. Werfe Rauch! Bitte, helft uns, Mörser. Sie nähern sich im Süden. Sie sind zurück, wenn die P-750er hier sind. Wow! So. Vielleicht haben Sie sich in Ihnen geirrt. Hm. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus Sie wirklich gemacht sind. Wenn die Mittlers Kopf auf ein Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay. Bin dabei. Wir haben Marie nie erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen.